Avanat ist ein internationales Unternehmen, wir sind weltweit unterwegs. Hier in Österreich fokussieren wir uns natürlich auf österreichische Unternehmen und beraten und gestalten Innovationen mit unseren Kunden und für unsere Kunden. Wir sind ein Joint Venture von Accenture und von Microsoft und als solches beraten wir vor allem eben mit dem Schwerpunkt von Microsoft-Technologien. Ich bin Delivery Lead, Projektmanagerin, darf den Kunden organisatorisch begleiten und auch technisch, darf die Ressourcen zur Verfügung stellen, die Ressourcen natürlich auch finden, schauen, dass die Deliverables wirklich dort ankommen, wo sie hin sollen. Ich arbeite in der CRM-Abteilung, das heißt mein Schwerpunkt ist auf Customer Relationship Management. Mein Fokus liegt häufig auf Sales und Marketing-Anwendungen. Unser Büro ist in Wien, sehr zentral im ersten Bezirk. Wenn man hereinkommt, ist es schon mal bunt, freundlich. Das Büro gefällt mir auch sehr gut, wirklich sehr gut erreichbar. Es ist wirklich sehr, sehr offen. Man ist nicht so abgeschottet, sage ich jetzt mal in so einem kleinen Kämmerlein und das ist schon sehr schön. Die Ausstattung bei uns ist auch super. Gleich, wenn man anfängt zu arbeiten, kann man sich ein Laptop-Modell aussuchen. Man bekommt auch gleich ein Firmenhandy. Des Weiteren haben wir im Büro auch ergonomische Tische und Sessel. Also man kann alles höhenverstellen, wie es einem gerade passt. Avanade bietet eine große Reihe an Benefits zu allen möglichen Bereichen, eigentlich im professionellen und im persönlichen Alltag. Einerseits haben wir unglaublich viele deren Möglichkeiten und dann haben wir wirklich sehr viele soziale Initiativen. Als Benefits bietet Avanade sehr viel. Einerseits sind es Vergünstigungen bei sämtlichen Anbietern, andererseits auch ein Mobilitätszuschuss. Ich beispielsweise nutze das Klimaticket. Ich glaube, dass Avanade wirklich eine gute Spielwiese liefert, wohin man sich entwickeln kann. Ich glaube, man hat ein sehr gutes Unterstützungsfeld durch die Leute und durch die Weiterbildung, die man machen kann. Gerade auch durch eine eigene Initiative kann man das sehr, sehr gut vorantreiben. Bei uns bei Avanade bekommt man von Anfang an noch gleich eine Career Advisor zur Seite gestellt. Das ist ein Kollege, der quasi die Mentor-Funktion übernimmt und dich bei deinem Werdegang unterstützt. Dich coacht, dir sagt, welche Trainings du nutzen könntest, um dich in die Richtung zu entwickeln, in die du gehen möchtest. Es gibt den klassischen, die klassische Karriereleiter, die man hinaufwandern kann. Es gibt aber auch natürlich die Möglichkeit, dass man als Delivery Lead startet und dann vielleicht doch sich entscheidet, in die Softwareentwicklung zu gehen, in einen technischen Pfad zu gehen. Das heißt nicht, wenn man hier beginnt, dass man immer an dieser Position bleibt. Für mich steht Avanade aufgrund der Menschen, die hier arbeiten und aufgrund der Möglichkeiten, die man auch hat, für ein sehr offenes und sehr geborgenes Arbeitsverhältnis. Ich fühle mich persönlich hier sehr, sehr wohl deswegen auch. Es macht mir sehr viel Spaß hier auch zu arbeiten deswegen. Bei Avanade gibt es das Sprichwort People First und das wird auch gelebt. Bei uns merkt man wirklich, das Persönliche steht an erster Stelle. Avanade steht für mich persönlich, dass wir hier alle gleichgestellt sind. Hier gibt es keinen Unterschied. Gender Pay Gap gleich Null, das macht einen einfach stolz.